oh scheiße mann wo bin ich ja gelandet ich bin in so einer villa und scheiße was das für ein raum hast du egal was ist mir hier sein dann werde ich reich okay da ist noch ein geld sagt hier ist noch einer ich habe schon drei warum sind wir in diesem raum versteckt was sind das für geräusche was sind das für augen was trinken die okay was ist hier drin ach du scheiße mann das ist die küche okay hier sind noch mehr geldsäcke ich habe schon vier sind hier versteckt von ein ist in zwei treppen welche soll ich nehmen ich gehe noch unten nein